Der Erste ist schon da. Und nach den nächsten warten wir noch. Nein, ich darf das nicht machen. Warte, jetzt gehts nicht so. Was soll ich machen? Nein, was hast du heute? Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag! Verzeihen wir alles! Was ist, Andi? Schmeckt das Kebab? Darfst du es nicht essen von der Sand, oder? Du hast das Video eingestellt. Silvia! Ich liebe dich! Danke! Wem schreibst du denn? Eeeh, 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 eeeh! Wie schreibt denn Lisa? Bitte mal live an die Kamera! Schreib dir ja! Da könntest du Recht haben! Da könntest du Rechts oder Recht haben? Rechts haben! Warte, dein Arsch! Exibitionist! Mund? Ich weiß, was ich jetzt sagen kann! Warte, Mut auf! Was? Dispresanzen! Gibt's nicht! Das Wort gibt's nicht! Dispresanzen! Discrepanzen! Discrepanzen! Ja, von euch kann Halal sagen! Halal! Rechts, oder was? Halal! Sie ist, sie arbeitet in einer jüdischen Firma. Na pass! Ich arbeite in einer jüdischen Firma. Sag mal Halal! 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 Sag Halal! Sandra, der ist schon wieder Käfer! Der kann dich sicher sagen! Ich hab grad das auf dich! Du? Zeige auf Zeige? Das ist wie bei Lego! Da tut man auch so! Du hast dann eine Folie! Dann kannst du weg an die Manu! Dann lass dich! Mit? Lies, ich mach zur Selbstfahrt! Ja, bitte! Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Und die nächsten trudeln ein. Grüß euch! Grüß dich! 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 Nicht schubsen! Und der nächste kommt. Der mit der schönen Frisur. Der mit der schönen Frisur. Happy Birthday. Danke. Bitte. Zwei Bier. Ohohoho. Schöner Scheister. Was hast du für eine Arschkamera da eigentlich? Wie kannst du die Arsch-Ecken so klar ist. Ja. Ja, genau. Er kann halt so oft schon wieder. Ich schreib's Mittag. Carla schreibt Druck. Schau mal, wie du immer schreibst mit deiner Alten. Wie haben wir gesagt, geh zum Fernseher. Ja. Und die Sander ist so nett. Du bist so nett. Der Winkel ist hoher, du kriegst alles drauf. So wie du schaust. Schau mal, das ist so laut. Du kriegst komplett alles drauf. Auf dem Handy ist das ganz genau so. Wow. Sag wieder, ich hab Geburtstag. Bitte sag wieder, ich hab Geburtstag. Oh ja bitte, nein. Ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Er ist noch nicht so. Ja, voll das mal los. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Siehst du die Siebel? Ich hab das nicht gefilmt, wie es gekommen ist. Komm noch mal. Komm, komm bitte. Komm noch mal um die Ecken. Kannst du das checken, dass sie kommt bitte? Um die Ecken. Das ist sehr nett. Ja. Was ist mit dem Buben? Tue da da herumpraben oder? Er probiert einmal, ja. Also egal. Hast du noch kein Kantom? Was sagt dein Kind dazu? Ich mach ja noch eins. Das ist ja kein Problem, oder? Sie hat eine Kanz. Sie hat eine Kanz. Ich mach ja noch eins. Du hast da Plastik drauf. Das Plastik kann man runternehmen. Ah, jetzt hab ich verbrannt. Du hast ja wirklich verbrannt. Du hast ja wirklich verbrannt. Du hast ja wirklich verbrannt. Ja, genau. Ah, ja. Da verbrennt sich ein bisschen. Belangloses. Der Wart der Sache. Was ist das jetzt gewesen? Ich hab das schon 10 Jahre alt. Du musst den Haufen. Halt die Gospen jetzt. Der Michelle braucht es doch nicht ganz ehrlich. Die Silvia war jetzt gerade in 3 Wetter draufgebetten. Mit den Hohen, kennst du das? Berlin, die Frisur hält. Wien, die Frisur hält. In London auch. In einer Stunde. London. Schau mal. Schau mal. Komm her, Lisa. Lisa, komm her. Tuberkulose. Lisa, schau hier mal, komm her. Schau mal, sag so. Seitlich. Geht schon, los. Jetzt kommt die letzte. Komm weiter. Schnell, lauf. Vorher. Ja, ja. Ja, ja. Da sieht man noch nichts. Wuhuuu. Ein Video. Ein Video. Der letzte Gast. Hallo. 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 Ich freue mich so, dass du das auch nicht wohnen. Dass du das jetzt wirklich hast gewonnen. Servus. Servus. Na mal trinken wir mal und dann. Silvia. Andreas. Hallo. Michelle. Michelle. Von Max, ja. Jetzt kenne ich Max schon 35 Jahre. Die kenne ich nicht. Er ist bei uns aufgelaufen. Ist da Michelle. Michelle. Dann gehen wir zu den nächsten. Was machst du? Ja, das ist der Michael. Hallo. Das ist der Lise. Ja. Das ist der Herbert. Unser Jüngster. Bist du doch eine Bittlerin oder? Ich bin... Gar nichts. Du hast die Uhrwärme, nein. Du bist doch eine Bittlerin, du hast die Uhrwärme. Ich weiß den Namen nicht mehr. Papa. Walter. Eigentlich. Sonja. Zwei haben wir noch. In Walter. In Walter. Hallo Walter. Sonja. Und das ist der Michael. Hallo. Das war's. So, Dosen Schuhe, Lisa. Nein, ich kann nicht. Oh ja, du machst die Dosen Schuhe. Also steckst du einfach rein, bitte. Das ist falsch, aber eh wurscht. Die Dosen Schuhe klingen anders. Mach. Der gehört mit der Lippe rein. Ja, da. Mit ihm geht das nicht. Wie soll das? Sogar am Häusler ist es besser. Bravo. 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 Ehrlich? 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 Ich bin schockiert. Ja, das ist normal. Ehrlich? 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 Weiß ich irgendwie, ob die Fahrkarte aus Einbritzeichen gilt? Ah, praktisch Silvia, die weiß, ob die Fahrkarte an Einbritzeichen gilt. Ist ja krank. Silvia, gilt die Karte als Fahrschein? Nein. Spassschwein, nicht Fahrschein. Spassschwein hab ich gemacht. Ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag! Und die nächste was kommt? Dum 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 Achso, da war ein so. Oh, da Herbert ist ja ein Tag, gell. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. War kein Skuller, reden wir wie in Italien vor. Das war geil. Was ist denn das? Na, was ist denn das? Die Sandra? Was sagt sie? Na, gar nichts. Warum ist sie denn mitgegangen? Arbeiten. Ah, wie sie liebt. Und meine? Nein, jetzt. Ich bin gerade heimgekommen. Ist entschuldigt. Das hab ich gehört, gell. Barsig. 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 Ist auch nicht alle drauf, schau. Barsig. 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 Huuui. Liesa, was ist, schmeckt's? Haha, check. Noch keine Wind, oder. Sie nimmt's gerne im Mund, nein sie nimmt's gerne im Mund, da können wir das lassen. M- Ск nay,çar Du hast dann Käse picken da, Igor. Oder ist das Käse oder was? Nein, klar! Ist gut? Ist gut? Ist gut! Food tut gut, wenn es stinkend tut. Aber besser, wenn größer, oder? Aber besser, wenn größer, oder? Nein, Heroin gekauft, oder? Du kriegst den Mefa besser, oder? Gar nicht. Die Blaulichen kommen erst. Du musst fangen an, du fangen an. 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 Sam! 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 Happy Birthday Toyo! Marmelade Unschu! Happy Birthday, liebe Markus! Happy Birthday Toyo! Kinder sollst du kriegen! Kinder sollst du kriegen! Kinder sollst du kriegen! Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Nein, es gibt nicht! Wir haben schon ein paar Mal über das Thema geredet. Wollen wir das aufzeichnen? Wie hast du Geburtstag? Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Was? Ich hab meine Plomben! Entschuldigung! Dominik! Entschuldigung! Ich frag mich! Hast du mir die Jacken verbrennt? Die hat den ganzen Mittag gehalten und ich zu dem Brandloch? Ich auch vom Ex. Du warst sicher nicht am Grießkindlmarkt, oder? Nein! 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 Zurück zum Dominik! Zurück zum Dominik! Zurück zum Dominik! Zurück zum Dominik! Sing das mit der Sonja! Ich hab Geburtstag! Na, na! Sag mir was! Ich hab Geburtstag! 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 Sag mir was! Sag mir was! Du denkst, möchtest du das wissen? Du ich weiß es längst, meinst so etwas küssen! Tunas hat nichts mehr! So besprach ich schau! So dichtig schau! Schau! Du wie du! Danke, dass du mal schön kam! Das kennt keiner aus! Du magst so hart! Warte, die Lippen! Warte, geh ich schon! Wo gehst du hin? Was? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wir kommen hier auf das Tappel-Stadion! Jetzt kommen wir her! Das Stadion in Österreich! Das kannst du ja schon hier hören! Witz dabei sind! Oh! 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 Für Neuankömmlinge! Die Niki! Das ist schmutzig! Mahlzeit! Ja! Schauen wir mal wie leicht das ausschaut! Der David, wo ist der? Der Neuankömmlinge! Er ist Legistheniker! Warte! Legistheniker! Ein typischer Donaustädter! Echte Teamchefs sitzen beim Spielen! Der Kamer ist dreckig! Prost! Kein Effes mehr! Lisa, mach von uns wieder ein Prosten! Bitte für mir das Wied! Kein Effes mehr! Bitte für mir das Wied! Kein Effes mehr! Nicht größer! Ich krieg mit einem Zecken auch größer! So, jetzt fehlt noch mal unser... Zecken! 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 Warte! Und jetzt wieder! Ich hab Geburtstag! Nein! Ich bitte auf dich! Ich bitte auf dich! Ich bitte auf dich! Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Lass das viel weiter! Achso! Ich hab Geburtstag! Da der Papa schon wieder so! Party! Du musst so! Wenn er so macht... ...dass ich dir das wiedergeben... David! Na ja, du bist ja 37. Ja! Du lässt ruhig! Wir sind die Fahne! Wir sind die Fahne! Hier ist die ganz Trafisch-Stadion geworden! Ich fange mir nochmal zu ab, die wir noch nicht würden sagen! Kommt, wir mal ins Raffischer! Bitte schön! Der Vorrager da! Einen Pfiff! Ist ihn okay? Wir sind Wir sind aufregend! Schauber und abelöst, aus dem Kapier. Manni! Ich bin nicht noch gelegt. Manni! Ich bin nicht noch gelegt. Manni! Schau mal, wer zieht nur dem Urzertier. Außen hier. Da rennt weiter. Wir haben noch ein Wort. Die Küche lebt. Ich kenne dich noch. Die dumme Tüche. So, bin ich schwer. Ist nicht zu dir. Weil ich doch schottet. Wer hat sein. Da kann man noch zu Ostermür. Da bin ich eher laut Gericht. Das ist wie das immer. Aber hier verrät uns einmal, hab ich das schon mal gesagt. Fünfte, die Bindung, wenn du besser. So wie in der Ausland, wo der See, und wie der Städte Schuze, ob sie die Tränen, wo man kriegt, wie der Reckner, wo man vermischte, so wie an der Städte, wo ich steif, und sie in der Ausland, wo ich so lang, I am Austria. So, I am Austria. So, i am Austria. Osten Wir haben nur das Hammerstück zu Siegermätschale, Deutschland! Und in der Deutschlandkanzler, Heilig von Austria! Sieg, 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 Heilig von Austria! Heilig von Austria! Wir haben nur 29 Minuten, und dann geht's los, und wir sehen uns noch, wie die Streweiber! Wir brauchen noch ein paar Deutschen Nationalen. Die haben Donnerspringer gezeigt in dieser Qualifikation.